So, kommen wir Nummer 12 einmal entgegen. Oh, ich hätt fast zerschlafen, ey. Nummer 12, Nummer 12. Ach, das ist wirklich fürchtbar. Nervig. Ach, komm raus hier, Mensch. Vielleicht mal was Wundermachendes. Okay. So, was mit dir? Wir haben einmal Rotkäppchen Immunstark. Ja, das brauch ich jetzt. Perfekt. Immunstarkes Rotkäppchen. Rotkäppchen. Rotbäckchen, Mensch, ich hab' auch Ideen. Na dann. Gegen den Schlafmangel. Und hier oben? Ah, da hab ich's gleich. Da hab ich's gleich. Das ist üblicher halt. Du hast aber was da eigentlich. Gut, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.